Wir schießen für The Beast. Das Biest links, die ISSA Logoplatte rechts, gestartet wird von der Rail. Schwache Hand hält die Waffe, starke Hand über Schulterhöhe. Die Übung wird nur mit KK geschossen. Das Biest fällt nicht, wenn es nur einmal getroffen wird. Es bedarf mehrerer Treffer im oberen Bereich. Schütze bereit? Achtung! Start! Start Position einnehmen. Gun on the Rail. Schütze bereit? Achtung! Start! Erfolgreich abgeschlossen. Schütze bereit? Achtung! Start! Start! Mit Reload. Erfolgreich. Stopp! 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 girls